Hallo und herzlich Willkommen zurück zu DLC Quest. Und okay, wie gesagt, seit 3-4 Tagen nicht mehr gespielt, ist gerade morgens, deswegen könnte ich mich da etwas verpennt anhören. Wir haben es nämlich gerade kurz nach 9 und es ist viel zu früh. Ich saß ja eben vorm Rechner, nehme ich jetzt auf oder nicht? Ich habe zwar voll Bock, aber ich bin saubüde. Ey, ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Warte doch, ich glaube wir mussten in die Schneelandschaft. Da waren Münzen! Ich will da wieder hoch, da waren Münzen. Hier hin, hier hin, hier hin, da wieder hoch, hier hoch. So, wie bin ich jetzt da hin? Komm hier, ne? Na, egal, wir gehen erstmal in die Schneelandschaft. Was sagt der? Rest assured is no joke. Aha. So, ich weiß noch nicht mehr, was wir hier machen mussten. Oder wo wir hin mussten. Ne, da oben waren wir schon, das weiß ich noch. Da war nichts. Da unten waren Stacheln, da wollte ich jetzt nicht reinhüpfen. So, hier hoch. Hier rüber. Jetzt sind wir wieder im Checkpoint. Oh. Dann gehe ich da doch einfach ganz normal runter. Hier rüber, hier rüber und... ... in Schnee. Oh mein Gott. Gehen wir hier oben lang, oder gehen wir erstmal unten lang? Ich würde sagen, wir gehen erstmal unten lang. Und... Ach, wir sind wieder raus. ... ausdrücklich. Das wird dir zumindest... ... oh, sagen wir mal 200 Coins. ... um mich zu bemerken. Schock, gib. Na okay, uns fehlen noch 90 Münzen bevor wir da überhaupt erstmal durchkommen. Und deswegen... ... gehen wir erstmal oben lang. Da ist noch eine Münze. Auch auf der anderen Seite dürfen es auch noch eine. Ja, an die komme ich aber nicht mehr ran. Schade. Hütchen. Wo ist eigentlich... Ah, ne, wir sind ja gar nicht mehr im normalen DLC-Quest. Ich wollte da oben an den Coinen dran. Komme ich da noch rüber? Nein. Aber jetzt komme ich oben an den Coinen dran. Yay. Und nicht darunter. Hier hoch. Ähm... Irgendwas sollte ich noch sagen. Aber vergessen war's. Ja, hier lang. Münzchen. Mehr Münzchen. Noch mehr Münzchen. Ja, wir brauchen ja ein bisschen. Deswegen geht das auch klar. So, erstmal hier oben hin die ganzen Münzen holen. Ey, ich bin grad voll verpennt. Och. So. Geht's hier runter? Ja. 182. Also, sonst fehlen noch welche. Okay, ich weiß noch, wo ich die herbekomme. Nicht hier, sondern... Hier war noch ein Checkpoint, oder? Ja. Müssen wir doch hier hoch. Dann holen wir uns die. Ja, doch. Ich war grad irgendwie die ganze Zeit noch... Ähm... Ich hatte die ganze Zeit noch im Sinn, dass... Ah, da oben. Aber da oben kommen wir nicht hin. Jedenfalls nicht so. Deswegen müssen wir hier runter. Müssen hier rüber. Ich hab eben... Eben die ganze Zeit noch im Kopf gehabt, dass der... Shepard der Böse ist. Oh, fuck. Aber der ist es ja gar nicht. Denn der Shop gibt's ja jetzt ja bisher noch. Acht Münzen? Die waren da auch. Die kriegen wir auch ohne Probleme. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh. Jo, wir haben alle 200 Münzen. Äh, alle. Wir haben 200 Münzen, also kommen wir da jetzt auch hin. Ähm, doch, warte, das müsste gehen. Nein, geht nicht. Na, dann gehen wir doch mal nochmal nach da oben. Denn da waren ja noch Münzen. Und... Irgendwie... Sonst mag ich so ne Musik. Das hab ich auch schon öfters in den... Parts gesagt, aber... Alter, geht die mir gerade auf den Sack. Das ist zu früh für so ne Musik. So, da geht's rein. Aber erstmal mit hier Checkpoint. Jetzt geh ich da rein. Äh, das macht mir Angst. Ah, DLC. High Definition Next Gen Pack. Okay, ich würd sagen, wir gehen zum... Na, jetzt müssen wir hier unten erstmal wieder durch. Dann sagen wir, wir gehen zum Shopkeep und kaufen uns das mal. Wenn's nicht zu teuer ist. Weil wir brauchen ja 200 Münzen. 20, ja, auf jeden Fall. Äh, experimenten die beste in Graphics-Fidelity mit Brown-Scale-Technologie. Featuring New Top Shading. Oder Top... Ja doch, Top Shading, glaub ich. Real is brown. Sehr... Jo, kaufen wir uns das doch. Das ist ja geil. So, Alter, ich find das sieht gut aus. Da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich so. Aber wir gehen da nochmal hoch. Da waren ja noch mehr Münzen. Und die holen wir uns natürlich auch noch. Ah, nee, warte. Hier runter. War grad die Frage, hä, wie bin ich denn da dran vorbeigekommen? Also hier, dann hier. Und hier rüber, hier hin. Aber das ist irritierend. Denn vorher war uns die ganze Zeit so bunt. Und jetzt ist es nicht mehr so bunt. Aber naja. Wartman unlocked. Still better than Tams. Stamps. Achso, ich glaub, ich hab alle Münzen. Also müssen wir jetzt nach ganz rechts wieder. Oh mein Gott, das sieht jetzt aber doch ein bisschen... ...etwas viel aus, sozusagen. Ja, das ist jetzt sozusagen, ja, sieht etwas viel aus. Checkpoint, dann war das hier nochmal runter. Wow. Nächster Checkpoint, hier hoch. Na, ich muss sagen, dafür, dass es so früh ist, geht es hier perfekt durch. Dann gehen wir hier durch. Zack. Und das haben wir ja schon. Right to. Perfekt. Ich nehme jetzt die Koffe. Oh, and I think I'll take that Pickaxe and your Walljump DLC too. Just to be safe. Shopkeep. Warum nimmt er denn jetzt meine Pickaxe und mein Walljump DLC? Warum hat er alle meine Münzen genommen? Ich hatte mehr als 200. You think Microtens actions are your Ellie? But you merely adopt the freemium. Was? I was born in it. Molded by it. The DLC betrays you, because it belongs to me. Was muss ich hier machen? Muss ich den Sachen einfach nur aus... Oh, Münze. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich hoffe, einfach mal nur die Münzen einsammeln. Ich will nicht von den Dingern getroffen werden, weil ich nicht weiß, was passiert. Ja, ja, ja. Scheiße, getroffen war. Aha, ich verliere Herz. Dafür sind die Herzen da. Meine Güte. Zu viele Sachen auf einmal. Herz. Münze. Noch eine Münze. Äh, schick mich hier hin und her. Was muss... Ach, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, ich muss nur die Münzen einsammeln. Er wird immer böser, glaube ich. Sieht auf jeden Fall so aus. Yep. Das ist unlogisch, aber okay. Konquer foes with this exquisitely crafted blade. Well, Konquer one foe. Because this is a single-use item. Kaufen wir uns das doch. Big sword. Wenn wir jetzt zu ihm hinrennen und ihn damit pieksen. Zack. Oh, gott sing, setz is setz a one-time-use item. So, jetzt muss ich wieder Münze sammeln. Ja. Münze. Das wird immer schneller. Das ist komisch. Oh mein Gott. Das wird wirklich immer schneller. Oh, ich bin getroffen worden. Nein. Wow. Ah. Ich werde die ganze Zeit getroffen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch diesmal einsammeln muss. Herz. Münze. Herz. Herz. Münze. Ich muss wieder 15 sammeln. Ich hoffe. Dann habe ich das gleich. Das wäre super. Ist das jetzt der Bosskampf? Der Endbosskampf oder so? Nee, ich muss mehr als... Muss ich vielleicht 20 sammeln? Kein Schimmer. Zack, zack. Nee, ich muss mehr als... Was? Wie viel muss ich denn sammeln? New DLC Pack available. Really big sword pack. This is too easy. You know. I do have more items for sale. Really big sword pack. Are your foes too powerful? Purchase this one time use sword. It's like all... It's like all the other swords, but bigger. Das ist so much schick. Really... A really, really big sword. Und zack. Yay, ouch. That seriously hurts. Did it mention that was also a consumable item? That really did a number on me. I can probably take like... One more hit, tops. Achso. Jetzt muss ich das noch einmal machen. Und dann hab... What the fuck? Ich bin da hinten also drunter geschützt. Das weiß ich ja schon. Oh my god. Meins. Boah. Alter, hier ausweichen ist schon eine Kunst. Oh. Meine Münze. Meine. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ich werd sowas von sterben. Ah ne, doch nicht. Doch, ich kann ja immer noch sterben. Meine Münze. Oh. Meine Münze. Meine. Herz. Herz. Ah, ich hab da nicht mehr volles Leben. Wie viel brauch ich denn dieses Mal? Vielleicht 30? 35? 35? 50? Oh. Sockner. Nein, ich wollte die andere auch noch haben. Neue DLC pack available. Unfathsomeable sword pack. All right. You'll like this one. Sword of unfathsomeable power. You would sell the tool of your own destruction? Run everything into the ground. If there's profit to be had, I'll monetize it. Ach du heilige Scheiße. For when you simply must win at the expense of everyone else. Show the world how much disposable income you have. Nein, kommen wir uns das doch. Sword of unfathsomeable power. Und wie groß ist das? Och du heilige Scheiße. Alter. Hab ich die Erde kaputt gemacht? Oh. Ja, ich hab die Erde kaputt gemacht. Nein. Oh, viel zu hell, viel zu früh. Boah. Ja. Ich schätze mal. Das war jetzt wirklich das Ende von diesem Spiel. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir würden uns dann im nächsten Let's Play sehen, was höchstwahrscheinlich was mit Minecraft zu tun hat. Wieder mal. Und dann viel Spaß euch noch beim Outro. Bis denn. Ciao. Bis denn. 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 Bis zum nächsten Mal.